PIN-Nummer. Am Beispiel des Samsung Curved SUHD TV KS 9090. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine PIN-Nummer für Ihren Fernseher einrichten können. Mit der PIN-Nummer werden einige Funktionen Ihres Smart TVs geschützt. Mit dem Navigationsfeld Ihrer Smart Remote navigieren Sie innerhalb der Menüs. Mit der Eingabetaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und nehmen Markierungen vor. Mit der Zurück-Taste verlassen Sie die laufende Anwendung oder das jeweilige Menü. Durch Drücken der Home-Taste rufen Sie den Home-Bildschirm auf. Wählen Sie im Startmenü Einstellungen und anschließend System. Navigieren Sie zum Menüpunkt Experten-Einstellungen und wählen Sie PIN ändern. Geben Sie im Anschluss die gültige PIN-Nummer ein. Der Standard-PIN lautet 4 mal die 0. Tragen Sie nun die von Ihnen gewünschte neue PIN in die obere Zeile ein und bestätigen Sie diese nochmals in der Zeile darunter. Sie haben jetzt eine neue PIN-Nummer vergeben. Drücken Sie die Zurück-Taste gegebenenfalls mehrfach, wenn Sie das Menü wieder verlassen möchten. Schauen Sie sich auch unsere anderen Tipps und Tricks-Videos zum Thema TV-Audio-Video an.